Ja, beziehungsweise halt zu dem Rennen, der dir angezeigt wird und auch wenn du auf irgendeinem anderen dran vorbeiläufst, egal. Boah, scheiße. Perfekte Map. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Today Light. Wir wollen zu viert at COVID. Und ich spiele mit den Perks. Wildes Herauswinden, Unbeugsam. Nein, das war meiner! Und Flickflop. Hä, der wurde mir aber jetzt angezeigt, als Leuchtend. Aber der wurde mir aber als Leuchtend angezeigt. Ich bin extra deswegen hierher gerannt. Meiner ist oben irgendwo. Ey, was ist denn? Ach nee, der meint, dass da hinten steht. Oh, wir haben Nemesis. Ich bin so verwirrt. War tatsächlich der, der mir als Leuchtend an darf und nur deswegen bin ich da hinten. Und genau das habe ich schon letztlich auch gehabt. Ich leuchte jetzt schon und... Oh, da ist Nemesis. Ach, ihr wisst schon, was ihr macht. Ich stehe da hinten ein. Ich mache den da hinten. Warte, warte, ich möchte auch... Nein, ich möchte nicht. Ja, ich mache dich. Okay, jetzt. Na toll, Nemesis verfolgt mich. Ich kann meinen eh nicht machen. Ich bin hinter dir gewesen. Mia? Nee, hinter Mia. Verfolgt Mia. Ey, dieser scheiß Zombie. Ich kam nirgendwo anders lang und er schelte mich an. In welches Team bist du eigentlich? Ich weiß nicht, aber ich feiere die Zombies einfach viel zu sehr. Ja, aber in welchem Gang ist das halt echt? Ja. Mit denen hatte ich auch schon so viel Spaß. Hä? Lass sie erst liegen? Ja. Hey, wieso kann ich die Palette nicht machen? Was mache ich denn hier? Ja, äh? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Das Problem habe ich ständig. Oh, ich konnte die Palette nicht werfen. Oh Mann. Ich hätte easy noch weiter hinhalten können. Mann. Was macht er denn hier? Er rennt die ganze Zeit gegen irgendwelche Wände. Achtung, da kommt ein Zombie. Wir sollten vielleicht schon ein paar Meter weg. Ich habe mich ausgewiggelt, rausgewiggelt. Ich habe das Gefühl, er ist nicht so richtig gut, aber... Ey, keine Gewehr auf das, was ich sage, ne? Irgendwann kommt ein Zombie. Ja, hier geht das, weil hier hast du Ausweichmöglichkeiten, aber wenn, äh, hinter dir einer ist und, äh, einer neben dir, dann hast du halt echt ein Problem. Er lässt mich... Ne, doch nicht. Na, kann ich mich nochmal rauswiggeln? Wiggle, wiggle. Der Zombie ist wieder da. Diese scheiße Zombies. Ach, Tim. Ich habe nur irgendeinen gemacht, den wir auf jeden Fall angezeigt haben. Ah, ne, da oben ist noch... Ah, meiner ist noch, meiner wird hier noch angezeigt. Ah, kann mich jemand runterholen? Hier oben ist mein Umschlag und... Entspann dich doch mal! Jetzt, 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 sofort! Ah, ich sehe den da. Das ist meiner, das ist meiner. Bist du sicher? Mir wird mir nämlich mittlerweile auch angezeigt. Mir wird auch einer angezeigt. Aber ich habe ja noch gar keinen, ich habe ja noch gar keinen gemacht. Der wird uns jetzt allen angezeigt. Du machst ihn einfach. Nimm den, ich nehm den Killer und du resten da woanders hin. Ich hab ein, was du denn da nimmst. Hier ist noch einer, der nett gemacht wurde. Oh, warte mal, ich versuch da hinzukommen. Hier bei mir. Ja, ich meine, es auf jeden Fall gemacht wurde. Oh ja, ich bin, ich lieg schon wieder. Oh Mann, ey, ich... Kannst du... EZ, 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 EZ... Ja? Ja, ich bin hier. Hey, ja, dann bleibste ich. Ich meine, hier jetzt. Kann ich mich überhaupt nicht sehen, irgendwie? Ich bin manchmal echt glänzend. Ach, kacke! Kackel! Fuck jetzt, alter! Okay, er ist bei mir. Ja. Ich geh zu Sarah. Ja, ich bin hier leider noch mit dem Killer aktuell, aber ich geh mit ihm weg. Ich hole dich! Ich hole dich! Achtung! Block mich doch mal bitte nicht, wenn ich sag, der Killer ist da! Oh fuck, was mach ich denn jetzt? Soll ich dich jetzt holen? Oh Gott, das ist ein Zombie! Scheiße! Keiner hört auf mich! Hilfe! Der Zombie ist jetzt weg! Der Zombie ist jetzt weg! Der Zombie ist jetzt weg! Der Zombie ist mir offen! Du musst weiter geradeaus laufen, ohne dass er mich möglichst sieht! Jetzt hat er mich gesehen! Oh Gott, das ist wild! Was passiert hier? Ich bin so blind! Rettet jetzt jemand Sarah? Wie ist aktuell der Plan? Kommt mich gleich jemand zu? Ich komm zu dir! Ich hab jetzt den Killer im Arsch! Ich bin jetzt gleich tot! Ja, ich werd niemals rechtzeitig zu dir kommen! Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne! Kannst du nicht mehr, ich bin jetzt tot! Tut mir so leid! Nein! Joa! Was soll ich dazu sagen? Ach, schade Schokolade ohne Highlight! Oh, hier ist der Ausschlag, oder? Ja, mach ich auch! So sad! Oh, okay! Ich bin dann ausgewogen! Warum? Das tut mir leid! Was machen Sachen? Ich bin... Ich bin auf dieser Map auch gerade... Das ist ganz vergessen irgendwie! Ich bin komplett überfordert! Ich weiß auch nicht! Ich seh irgendwie nichts! Ich bin gar nichts mit! Geh du weg! Ich guck, ob ich Männer neben mir holen kann! Der Killer ist nach rechts gerannt! Leider runter! Ja, jetzt ist da halt ein Zombie, ne? Du, wir müssen... Du musst direkt weg! Direkt weg! Oh nein! Oh nein! Lauf! Sehr gut! Oh Gott! Das ist doch ein Zombie, der hier lang gerannt hat! Der Zombie ist aber auch nicht weit weg! Oh nein! Lass dich mal heilen! Ich? Ja! Er kommt hoch! Na ja, 32.000 Punkte sind dann gar nicht so schlecht! Ach, ich hab wieder meinen Pipp verloren! Oh Gott, ey! Ich hab gar keinen mehr! 2 Runden! Ich hab 3 Pips gehabt und hab 2 Pips verloren! Wow! Echt! Okay, ich sollte vielleicht das Spiel aufhören! Dann will ich nicht noch meinen kompletten Fortstützer spüren! Ich geh dich holen irgendwie, wenn ich... Nee! Nee, mach... Wieso? Ich geh sie holen! Okay... Wir müssen aber schnell gehen! Ja... Alles gut! Alles gut! Alles gut! Ich glaub, die Runde können wir sowieso abhaken! Du schaffst das! Du schaffst das! Er ist wieder hier! Daraus tut mir so leid! Alles gut! Du schaffst das! Ich wollte dich wirklich holen, aber ich dachte, dass wir... Lauf! 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 Das ist nicht schlimm, das ist für den Backup! Okay, der geht mir nach! Lauf! Hör dich mit ihrem Zentac! Lauf! Ist gut, Baby-Maus! Bitte walt jetzt, da kann ich da drüber schlagen! Mal tisch Das ist ein Zombie. Das ist eine äußerst unangenehme Situation. Hey, du hast ja auch noch einen umschlafen, komm mal her. Ja, das ist meiner. Ich habe eben schon einen oben gelassen. Jetzt bleibt er da stehen und tut nichts. Vielleicht wurde er gerade zum Essen gerufen von Mutti. Wahrscheinlich gehört, dass der Gender geplatzt ist. Ist er bei dir denn? Ja. Ja, ja, das war schon jetzt auf deinen Kopf. Oh, fuck, sorry. Ich werde ihn gleich holen. Ähm, ich frage mich dann, ob ich es schaffe, den Genoff durchzuziehen. Ähm, okay, ich gehe einfach los. Ich hasse diese Map und den drei Zombies. Die mussten nämlich irgendwann gehen, weil die Zombies sich sonst... Mh, 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 mh. Ja, da ist ich gleich wieder da. Da ist er doch schon. Hallo! Oh, Ecken ist ja auch so. Ja. Tim was auch... Oh Gott, da sind Zombies. Puh! Okay. Ähm, lass mich ja mal sterben, wenn du zu Luke bist. Er kann die Luke aber noch nicht suchen. Also ja, ich lasse mich jetzt sterben. Ich komme eh in den Keller. Ich komme eh in den Keller. Bitte, bitte. Ich mache jetzt keine Checks. Ich lasse mich sterben. Jetzt komme ich schon aus dem Schra... Ah, ich wollte gerade schon sagen. Au, 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 au. Bei irgendjemandem ist es sehr laut. Ja, Sarah, red mal bitte mit uns. Entschuldigung, hallo, hallo. Warum wird denn das bei euch immer so laut, wenn ihr nicht redet? Ich weiß auch nicht. Wir wissen es nicht, wir wissen es alle nicht. Das ist irgendwie sehr mysteriös. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich meine, es ist bei mir und Sarah, es ist nicht mehr so schlimm, wie es in Fightland war, oder? Doch. Habt ihr alle das gleiche Headset? Nee, wir machen alle ein bisschen schlägt euch jetzt. So. Da ist die Luke. Ah, guck mal, da hat sich mein Tod auch verloren. Sehr schön. Ganz dubiose Runde. Ja. Mit den Zombies in den Gang. Immer wieder schön. Aber ich hatte was zu lachen. Okay, dann hoffe ich mal, dass euch die Runde gefallen hat. Wenn ihr zeigt, ist es wirklich gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mir von Dead by Daylight erzählen wollt. Schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind zu viert, wollen überleben und ich spiele Mikaela mit Ausbruch. Harten Nehmen, Kreis der Heilung und Schattenschritt. Also dieser andere Totem-Segen-Perk, den sie hat. Dass man die Kratzspur nicht mehr sieht. Killer ist bei mir. Wer ist es? Weiß ich nicht. Killer ist doch nicht bei mir. Ein Killer mit der Keule, ne? Der Killer ist bei mir. Das ist ein Running Gag, Freunde. Never gets old. Oh, oh, oh. Da kommt was angekrochen. Es ist eine Nurse. Ich bin schon mal gespannt auf der Map. Und da liegt sie Schraub. Vielen Dank. Das ist also der Dank dafür, dass sie nicht in deiner Moderation reingekratscht hat. Ja, richtig. Genau. Ich habe mir solche Mühe gegen die Schraub. Ich muss in der Süße zu halten. Ich muss in der Süße zu halten. Ich habe in der Brun quasi zugehalten. Oh. Ja. Kommt die hoch? Nee, die ist unten bei mir. Ich komme gleich zu dir runter, Sarah. Ich bin schon da. Ich warte nur, bis der Killer weg ist. Sie ist gegen die Wand gelaufen. Oder geflogen, was er gesagt hat. Also prinzipiell halb ich ehrlich gesagt nicht so dumm angestellt. Weil 2-3 Mal in den Linken... Hier ist kein Jank. Oder würde dein Wetter ganz stark schneiden. Oh, da ist die Nachricht von unten. Ich bin hier in die Arme gelaufen. Oh, die sind schon. Nein! Oh no. Ich glaube, das ist keine so schlechte Nurse vielleicht. Oder ich war einfach so richtig scheiße. Ja, ehrlich gesagt, 2-3 Mal konnte ich ihr auch ausweichen. Also... Ja, 4-3 ist das Zweite. Denkst, bist du da in der Nähe? Ich bin direkt da. Sie ist nicht so schlimm wie die Nurse, die wir letzten Soppen. Vielen Dank. Vielen Dank. Willi von... Willi von... Nein! Nein! Ja... Guck mal, ich hab sogar noch ne Kiste. Verrückt. Ja, Demo-Wid. Guck mal, komm. Aber immerhin, das ist wie ne Kiste. Ja, ich hab in ne Kiste. Bisschen Spaß muss sein, ne? Aber nur ein bisschen. Als andere ist unverschämt. Ja, richtig. Willi von mir nicht mehr. Wieder freien Fuß unter Wild. Freiwild. Freiwild. Jetzt habe ich aus Versehen mein Heilen zerkackt. Ah, die ist hier bei mir. Dann verpieseln. Mach mal nach oben. Verpieseln. Die ist gerade hoch, die ist gerade hoch. Heißt du mich kurz fertig? Na klar. Wenn die Nurse is calling, hat sie das, ne? Ja. Ich... Nein. Warum, warum laufe ich immer recht in die Arme heute? Das ist ne ausgezeichnete Frage. Ich bin schon wieder so gentlen. Ich mach grad einen. Hier ist noch ein Gell. Wo bist du? Wo ist denn? Du hast jetzt einen gelaufen, gerade zusammen. Wo ist die? Kannst du mal hier sagen? Äh... Mitten in nem Gang. Ich hab einen gefunden. Dann machst du grad den. Nö. Oh, dann lässt es bleiben. Warte, mal weg. Wer läuft denn da? Ach, das ist Jane, oder? Hä? Jane, bist du hier gerade lang gelaufen? Ja. Ich hab hier auch irgendwo... Ach, warte, ein Jane, aber ich finde keinen. Jetzt falle ich hier auch gerade ganz so auf. Das Schreckliche ist ohne Beliebungen. Ich hab da auch gerade gefahren, wo die anderen Leute sind. Ähm... Ja, das war eigentlich nicht mein Plan. Ja. Da würd ich nicht lang rennen. Zahen, du würdest rennen. Ja, wollt ich. Was schon. Nee, äh, guck dir noch rum und guck sie jetzt glaub ich gleich auf. Oh, sie lässt mich grad noch nie. Jetzt kommt sie zurück. Wieso nicht zu mir kommen? Ich guck sie mich auf. Fuck, jetzt hat sie sich umgedreht. Oh, du hast das denn? Ja, ja. Ja, ja. Oh. Oh, sie ist gut. Oh, sie ist jetzt nicht echt gut. Ah. Äh, Sarah, machst du einen Jane? Hm, ich such noch. Ich bin hochgehalten, aber... Ja, 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 ich hab dich mit Abzuschneid aufgehoben. Warte. Ich komm zu dir, Melanie. Ja, alles gut. Ich will dich eh, ähm, hochdinken. Äh, nicht mit dem Ding, ich mein, ich muss ein WD. Okay. Ich geh in den Innhof und guck aufs Donsen. So. Könnt ihr Melanie vielleicht schlecht aufstellen? Ja, sie wollte ich nicht aufstellen. Ja. Ich möchte nicht aufstellen. Ich wollte jemanden aufstellen. Die Blösch ist doch noch von Melanie. Wir lassen uns ruhig liegen. Ja, ne, Bex, so, doch, nein, also... Was denn? Es gab Kommunikationsprobleme. Ich muss nämlich freiwillig sein. Ja. Ja, aber du meinst doch gerade irgendeinen... Ja, aber wenn ich weg bin erst, doch jetzt noch nicht. Was machst du doch jetzt? Hä? Ich dachte, ich sollte dir in dem Moment helfen. Nein, ich stand doch noch einen Meter daneben. Hä? So kann man ja jemanden, 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 Männern hier aufstellen. Eigentlich wollte ich nur, dass schon mal jemand da ist, dass wenn ich... So, lass uns mal einen Gen suchen. Ja, lass uns mal einen Gen suchen. Jetzt könnt ihr sie aufstellen, jetzt bin ich weg. Jetzt geht sie, jetzt trompottet sie sich zurück. Ach, ich kann so nett arbeiten, Mensch. Hier ist ein Gen? Hm. Ah, da, ja. Hallo. Hallo. Kim, bring dich bitte nicht in Gefahr. Ist es nicht mehr... Ach, Mann. Alles gut. Meine Pläne wurden mal wieder durchkreuzt. Von den eigenen Kameraden. Ja, wenn du falsche Anweisungen... Nein! Ich geh doch nicht davon aus, dass du sie hinstellst, wenn ich... Die ist... Die war ja da. Die war ja nicht weg. Ja, wenn du sagst, stell mir da nie auf, dann stelle ich sie auf und vor. Ich bleibe hier. Sonst machst du auch nicht, was ich mach. Äh, nee, andersrum. Du machst nicht, was ich sag. Ich geh hin. Oh, unser Gen ist gleich fertig. Ich hab doch noch verpackt. Vielleicht tot, oder? Nein, ich bin doch schon da. Ich soll mich erschrocken, wenn du das auch verpackt hast. Oh nein! Ne, wobei, wenn du das auch verpackt? Von Gen? Ja. Ach so. Also kommt zu euch zurück. Ja. Lauf. Ich muss um Gen weiter durchzuziehen. Ist jetzt 95. Okay, die ist jetzt bei mir. So, alle, die einen Harlin haben, freuen sich gleich. Ich hab's vor. Drei, zwei, ein. Ich bin mal am Ausgangstor. Ist das egal? Na ja, das ist aber. So, die ist noch bei mir. Denk ich. Hat's irgendwer ein Tor schon gemacht? Ja, ich will. Ich hab ein Tor schon gemacht. Die ist am Tor bei der Person, die auch immer, wer auch immer macht. Das hab ich mir gedacht. Deswegen hab ich mich gewarnt. Okay, ja, krieg ich einfach raus. Ja, ich versuch's. Oh Gott. Ich hoffe nicht, dass ich schlafen werde, aber... Ne, ich lebe mich auf. Ich kann mit Unbeugs am Easy aufstehen. Vorsicht. Ja, mal da. Halt, vorsicht mal. Ja, ja, entspann dich doch mal. Heiß und fertig. Welcher Ausgang ist drauf? Der wo ich liegt? Ja. Ja. Und ich lieg' in der Nacht. Also wo ich liege, ohne Trim. Geh raus, wenn's sein muss. Okay. Oh, keine Spaß haben gerade von der anderen Seite. Aber ist nicht schlimm. Ich hab doch Unbeugsam. Wo ist die gerade? Bei mir. Die ist bei Bex. Hast du ein... ...gezeit? Nein. Oh, sie hat mich gesehen, leider. Dann geh raus, wenn du musst. Kann ich, kann ich laufen. Lauf direkt. Kommt schnell. Kommt zu euch zurück. Ja, Bex, komm mit. Wir gehen zum anderen Ausgang. Okay, ich bin draußen. Ja, ja, geh raus. Melanie, kannst du auch raus? Nein. Oh, fuck. Oh, Gott. Du bist doch ganz tot jetzt, ne? Ja, ist egal, geh raus. Du kannst dich heilen in der Zeit, Bex. Mir ist nur Shot und Shot. Nein, da ist beides. Echt? Ja. Hat mir nur das einer angezeigt bekommen? Nein. Aber bei Nöte ist es ja eh egal, wenn ich... Ich wollte es nur sagen. Du kannst doch zum Ausgang kommen. Jetzt ist es okay. Tut mir leid, Melanie. Ich habe alles versucht für dich. Ist alles gut. Du wurdest von unseren Teamkameraden getötet. Hallo. Hallo. Ich habe Takt. Kim war der Einzige, der dich getötet hat. Ist doch, weil er falsche Anweisungen gegeben hat. Oh, es hat ja wohl mal einen Clip geben können, finde ich. Ich habe einen. Falls dich das tröstet. Freut mich. Ich habe sogar zwei. Wow. Ich habe da nicht eingeschickt. Firma Scheland. Ja, okay. Das war eine Runde gegen die Krankenschwester. Ich hoffe, es hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es euch mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Tepperdale erzählen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Mit der Krankenschwester gegen der Krankenschwester. Tschüss.